Ich frage mich echt, wo man das andere herkriegt. Ich weiß nicht, wenn ich ein bisschen Wasser trinke vielleicht. Ach ja, hab ich kein Wasser. Ich hab ja kein Wasser mit. Oh. Sehr nice. Das hier, dieser Fruchtcocktail, erfüllt ein bisschen, auch ein bisschen Heals of, also ein bisschen Heilung. Interessant. Man sollte zumindest immer drauf gucken. Genauso wie der Mais. Und hier oben gleich. Stamina plus 10. Perish Time 54. Magnesium. Mir zeigt es zumindest auch auf der Karte. Müsste ich mir jetzt auch anzeigen, was das OPL ist. Hier ist das Raumschiff. Das ist das. Okay. So, bevor ich das da vorrenne. Mal gucken, ob ich das jetzt hier rein tue. Kobalt. Was dann hier rauskommen könnte. Jetzt brauche ich Silikon. Silikon. Geht schon Silikon her. Verdammter Mist. Achso. Hier muss ich erst mal wieder Power geben. Du, 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 du. So, ein bisschen Power. Haben wir. Was zu essen. Haben wir. So. Es ist 8 Uhrzeit. Okay. Da muss man wohl. Richtung Basis dahinter. Mal in die Richtung dahinter laufen. Vielleicht mal so rechte Richtung. In die hier. Vielleicht finden wir ja in diese Richtung noch irgendetwas. Eisen und Kupfer ist da oben. Also ich kann mir ja nicht einmal ein Fahrzeug bauen und so Sachen hier. Damit komme ich zumindest weiter. Ne. Selben nicht. Okay. Man kann auch nicht schneller rennen als mit Chatbick oder ohne. Ist egal. Magnet. Ne. Silikon. Woher kriegt man Silikon? Verdammter Mist. Ach Mann. Achja. Aber solange wir Essen haben und den Rest ist das schon völlig in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine mobile Oxygen-Tank gibt. Gut. So. Silikon. Silikon kriegt man ja aus. Naja. Eigentlich wie Gummi. Der will aber Silikon-Erz haben. Silikon. Drill Charge 157. Na. Ich hebe mir das auch für. Ähm. Silikon dann. Das Dumme ist, ich darf mich nicht zu weit entfernen. Sonst ähm. Habe ich nämlich ein kleines Problem dann. So. Alleine von der Luft her. Muss schon wieder aufpassen. Kupfer. Ne. Ich dachte eigentlich vielleicht davon aber. Auch ne. Ist ja wirklich. Au, 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 au. Au, 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 au. So. Vielleicht hast du wieder ein bisschen Silikon einstecken. Komm Fund. Diese verdammten Dinger fliegen ja überall rum, ja. Ist ja das Schlimme. Wirklich.